Hey, ich bin's. Die wollen irgendeinen Blödsinn drehen für den ORF. Irgendwas mit Kunst. Ich hoffe, du ziehst dir das Bessere an. Achso, warum? Das sind ziemlich feine Klamotten. Ich habe ein cooles Kleid für dich. Das ist gut. Ist das für Männer? Also, es schaut ziemlich männlich aus. Um ehrlich zu sein, das ist natürlich ein Frauenkleid. Aber heutzutage in der klassischen Musik sind Frauen einfach... Das kommt gut an. Ja, sind viel populär. Werden Frauen mit mir flirten, wenn ich das sage? Absolut. Oh ja. Das ist ganz wichtig. Oh, aber das könnte wirklich ein Männerkleid sein. Schau, das hat was Rotes, das ist stark. Ich habe das Gefühl, Klazimmermusik würde dazu sehr gut passen. Jetzt verstehe ich. Musik und Mode können die perfekte Symbiose bilden. Musik und Mode werden alles gut an. Musik und Mode können die Perfekte Symbiose bilden. Musik und Mode können die Perfekte Symbiose bilden.